Nachdenkseiten Die kritische Website Fettspritze Pharma-Riese baut eine Fabrik und bekommt ein lukratives Gesetz Von Ralf Wurzbacher Der US-Konzern Eli Lilly beschließt, eine Hightech-Fabrik in die deutsche Provinz zu setzen Und die Bundesregierung setzt, Simsalabim, ein Gesetz ins Werk, mit dem das Profitmachen leichter wird Die Vorgänge sind aktenkundig, aber für die Ampel nicht der Rede wert Dass die Ansiedlung wohl Chefsache des Kanzlers war, soll auch keinen interessieren Man ahnt schon, was kommt Neue Erinnerungslücken Als vor bald einem Jahr die Neuigkeit die Runde machte Das US-Unternehmen Eli Lilly werde eine Produktionsstätte im rheinland-pfälzischen Altsai hochziehen Staunten Beobachter nicht schlecht Ein Hightech-Farma-Werk inmitten der Provinz? Und das ganz ohne staatliche Subventionen? 2,3 Milliarden Euro soll die Investition schwer sein Für 2027 wird der Betriebsrat avisiert Und versprochen ist die Schaffung von 1.000 hochqualifizierten Arbeitsplätzen Dann ist da noch der ewige Ärger mit den Lieferengpässen bei wichtigen Medikamenten In solchen Zeiten einen Pillendreher von Weltrang in deutschen Landen begrüßen zu dürfen Wirkte da für die Regierenden in Land und Bund wie ein Befreiungsschlag Entsprechend tanzte am 8. April dieses Jahres reichlich Politprominenz zum Spatenstich an Nebst der damals noch amtierenden Ministerpräsidentin Malu Dreyer Gaben sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach und vorneweg Bundeskanzler Olaf Scholz alle SPD die Ehre Von der Ampel weiß man ja was und wie viel ihr strategische Industrieansiedlungen wert sind Für das inzwischen auf Eis gelegte Intel-Projekt MegaFab bei Magdeburg Wollte sie 10 Milliarden Euro locker machen Zum Bau einer Chipfabrik durch die taiwanesische TSMC bei Dresden Steuert sie planmäßig 5 Milliarden Euro bei Aber für Eli Lilly hat sie keinen Cent übrig Bloß tolle Sprüche Wie der, den der Kanzler beim symbolischen Sandgeschubse abließ Was immer wir als Bund tun können Um den Pharma-Standort Deutschland noch weiter zu stärken Das werden wir tun Das war nicht nur so dahergesagt Tatsächlich hat die Regierung schon bald darauf alle Hand getan Für den Standort im Allgemeinen und für Eli Lilly im Speziellen Anfang Juli hat der Bundestag das Medizinforschungsgesetz MFG beschlossen Vor knapp drei Wochen zog der Bundesrat nach Womit das Regelwerk demnächst in Kraft treten kann Dessen erklärtes Ziel ist es, die hiesige pharmazeutische Forschung und Entwicklung zu stärken Indem unter anderem Genehmigungsverfahren beschleunigt und vereinfacht werden Vereinfacht wird bei all dem auch das Gewinne machen Ein zentraler Passus des Gesetzes betrifft die Preisregulierung für neue Medikamente Bisher herrscht in Deutschland Transparenz darüber, welche Rabatte die Krankenkassen mit den Unternehmen aushandeln Damit ist demnächst Schluss, dann bleiben die Preise geheim Gegen die Pläne hatten Kritiker bereits im Gesetzgebungsverfahren aufbegehrt Nahezu alle im Parlament angehörten Sachverständigen warnten seinerzeit vor höheren Kosten mit der Aussicht steigender Versicherungsbeiträge Zum Beispiel unkte die Chefin des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann Geheimpreise ohne jede wirtschaftliche Steuerung führen in die Überforderung der Krankenkassen Nach Berechnungen des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung GKV stehen bei Umsetzung des MFG in den nächsten zehn Jahren Mehrbelastungen von 8,5 Milliarden Euro bis hin zu 36 Milliarden Euro ins Haus Letzteres tritt demnach ein, sofern sämtliche Erstattungspreisverhandlungen der Vertraulichkeit unterliegen würden Ersteres, wenn dies für 25 Prozent der Fälle gelte Aber der Einwand wurde übergangen, das Gesetz gegen den Expertenrat durchgezogen Fabrik gegen Gesetz Im Lichte neuester Erkenntnisse sieht man klarer, wieso die Verantwortlichen so agierten, wie sie es taten Enthüllungen des westdeutschen WDR und des norddeutschen Rundfunks NDR, der süddeutschen Zeitung SZ sowie des Rechercheteams Investigate Europe nähren den Verdacht, dass Eli Lilly beim Gesetze machen kräftig mitgemischt hat Ganz offensichtlich lautete die Ansage aus der Konzernzentrale in Indianapolis Ihr bekommt eine Fabrik, wir das passende Gesetz Die Mauscheleien sind aktenkundig Die Journalisten haben auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes, IFG, etliche Dokumente freigeklagt Darunter findet sich ein Vermerk vom 13. September 2023 des Referats 117 des Bundesministeriums für Gesundheit, BMG Schon Wochen davor hatte ein Abteilungsleiter im Ministerium schriftlich festgehalten Eli Lilly knüpft seine Investitionsentscheidung an die Zusage der Bundesregierung, vertrauliche Rabatte bei innovativen Arzneimitteln zu ermöglichen Transparency International, TI, fordert, ob der Berichte eine lückenlose Aufklärung der Causa Lex Lilly Man sehe hier aber nur die Spitze des Eisbergs, bemerkte Rolf Blagger von der deutschen TI-Sektion in einer Medienmitteilung Meist bleibt es im Dunkeln, wie Pharmakonzerne ihre Macht missbrauchen und ihre Interessen durchsetzen Nach Aufklärung ruft auch Katrin Vogter von der Bundestagsgruppe Die Linke Der Versuch der Pharma-Lobby, sich über vertrauliche Rabatte in Deutschland zu bereichen, gefährdet die Preisstabilität von Arzneimitteln nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa Mahnte sie in einem Pressestatement Die Bundesregierung, allen voran Kranzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, müssen sich fragen lassen, wessen Interessen sie hier wirklich vertreten Fette Profite im Anflug Zum Hintergrund Pharmafirmen bestimmen zunächst freihändig, wie viel sie für ein neues Präparat verlangen Nach einem Jahr bewertet dann der gemeinsame Bundesausschuss, ein Gremium aus Vertretern von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken, den medizinischen Mehrwert des Produkts Lässt sich kein Zusatz nutzen, gegenüber gängigen Wirkstoffen belegen, handeln Hersteller und Kassen einen Rabatt aus, der häufig 50% unter dem Ausgabepreis liegt Der Rabattpreis ist öffentlich einsehbar und wirkt auch über die deutschen Grenzen hinweg, indem andere europäische Staaten Abstriche in ähnlicher Größenordnung geltend machen Das schmälert auch die Erträge mit Privatkunden, die das Medikament ohne ärztliche Verordnung auf eigene Rechnung beziehen Wer um die Preisnachlässe weiß, lässt sich kaum das Doppelte bis Dreifache dafür abknüpfen Die Hoffnungen bei Eli Lilly richten sich gegenwärtig, im Besonderen auf die Vermarktung des Produkts Moonjaro mit dem Wirkstoff Thirzepatit Dieser soll sowohl Diabetikern als auch Fettleibigen in Gestalt einer Abnehm-Spritze mit dem Markennamen ZEP-Bound helfen Ein ähnliches Mittel gegen Adipositas namens VEGOVI hat den dänischen Konkurrenten Novo Nordisk zum höchst bewerteten Konzern in Europa gemacht Eli Lillys Antwort darauf ist wohl weniger innovativ Der Bundesausschuss hat die Wirkung von Manjuro im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie geprüft und im Mai für nahezu alle untersuchten Patientengruppen festgestellt Der Zusatznutzen ist nicht belegt Nach den Regularien wird sich der hohe Verkaufspreis also nicht halten können Mittels Geheimpreisen könnte der Vertrieb als nicht erstattungsfähiges Lifestyle-Medikament jedoch einen mächtigen Schub bekommen Hierfür hat die Bundesregierung mit der Neufassung des MFG Vorsorge getroffen, buchstäblich mit freundlichen Grüßen Riesant sind die Vorgänge gerade mit Blick auf die Rolle des Bundeskanzlers Wie Investigative Europe nachzeichnet, hatte der die Pharma-Scharmoffensive offenbar zur Chefsache erklärt Jörg Kukis, sein enger Vertrauter und Staatssekretär im Bundeskanzleramt, habe Anfang 2023 insgesamt dreimal mit Eli Lillys CEO Riggs über die fragliche Gesetzesinitiative und die Einführung geheimer Arzneimittelpreise gesprochen Am 16. Februar hätten sein Vorgesetzter und Riggs dann sogar persönlich miteinander telefoniert Unweigerlich denkt man an Scholz' geheime, erst später auf Druck, preisgegebene Treffen als früherer erster Hamburger Bürgermeister mit dem Bankier Christian Olearius im Zusammenhang mit den illegalen Cum-Ex-Finanzschiebereien Oder an seine frühere Parteinahme für den inzwischen insolventen Immobilien-Mogul René Benko bei der Suche nach einem Investor für den bis heute noch unvollendeten Elbtauer Auch hier hatte es Recherchen zufolge eine Unterredung unter vier Augen gegeben, die dem Kanzler heute nicht mehr erinnerlich ist Allem Anschein nach hat Scholz im Fall Eli Lilly selbst seinen sonst so pharma-affinen Gesundheitsminister auf Linie gebracht In Berlin erzähle man sich, dass er Lauterbach die Geheimpreise aufgedrängt habe, schreibt Investigative Europe Dabei habe dieser davor jahrelang eben solche Forderungen der Pharmaindustrie vehement abgelehnt Seinen Sinneswandel begründete der Minister im Juni damit, dass auch andere Länder, so wie wir, den Preis öffentlich machen und die Fachabteilung meines Hauses den Vorschlag richtig gut findet Von wegen In den eigenen Reihen herrschte im Gesetzgebungsprozess Alarmstimmung Die Ermöglichung eines vertraulichen Erstattungsbetrags könne zu erheblichen Problemen führen und voraussichtlich zu Mehrkosten, warnten BMG-Beamte Auch die Ausrede der Wegfall der Transparenz sei nicht Eli Lillys exklusiver Wunsch gewesen, zieht nicht Ein Großteil der pharmazeutischen Industrie habe dies nicht als zentrale Maßnahme betrachtet heißt es in einem Aktenvermerk vom November 2023 Zum Vergessen Natürlich weisen der Konzern und die Bundesregierung alle Vorwürfe von sich Aus dem BMG verlautete Lauterbach sind keine Vermerke bekannt in denen er sich Eli Lilly gegenüber zu diesem Thema geäußert hätte Für ihn persönlich habe die Haltung des Unternehmens keine Rolle bei der Entwicklung der Pharma-Strategie gespielt Ein Regierungssprecher äußerte Ich habe den Worten des Sprechers des Gesundheitsministeriums hier nichts hinzuzufügen Überzeugend klingt das nicht Markus Grill vom Investigativ-Ressort vom NDR und WDR jedenfalls bleibt bei seiner Version der Dinge Sie sagen nur, für die Entscheidung für das Gesetz war es nicht wichtig, was Lilly wollte Aber sie dementieren ja nicht die Akten aus dem Ministerium in denen ganz klar steht, dass der Pharmakonzern es zur Bedingung gemacht hat dass so ein Gesetz kommt und dann investieren sie Zitierte ihn am Montag der Südwestrundfunk SWR Für BSW-Chefin Sarah Wagenknecht ist das Maß übervoll und ein Rücktritt von Lauterbach überfällig wie sie bei Facebook kundtat Während sich die Ampel um die Profite von US-Pharma-Unternehmen sorgt mangelt es hierzulande an 500 Medikamenten von Antibiotika über Insuline bis hin zu Schmerzmitteln und einfacher Kochsalzlösung Überdies hat das BMG die Menschen im Land tagkräftig hinters Licht geführt Tatsächlich hatte Investigative Europe die Freigabe der Akten schon im Dezember 2023 gefordert wurde aber monatelang hingehalten Hätte die Öffentlichkeit schon früher die Hinweise auf eine Lex Lilly gekannt wäre das Gesetzeswerk nicht so einfach durchgegangen Bleibt die Frage, warum bei all dem nicht auch gleich der Bundeskanzler abdanken sollte Ach, vergessen Sie es! Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte